ein herzliches willkommen bei mir dem toto aka thorsten beim clan true warriors und im spiel crash of clans ich hatte gestern in der folge angekündigt dass ich zwei folgen klaren krieg hintereinander mit drehen werde und es wäre natürlich super wenn wir live angriffe hier mit rein kriegen das kriege ich sicherlich auch hin ich habe kurz mal eben angekündigt dass wenn jemand angreift er kurz vorher bescheid sagt dann ich nenne das mal so lasse ich die kamera kurz mit laufen kommentiere kurz mit und dann kriegen wir sicherlich einiges live rein einiges kriegen wir sicherlich nicht live rein das werde ich morgen dann nach dem ck zeigen wir können aber aktuell mal reinschauen in den ck ich sehe dass der gegner gerade wieder angreift wir haben schon zwei auf hocke kassiert zwei auf code kassiert und der avatar hat drei kassiert aber wenn wir jetzt mal gucken 8 gegen 17 das war sicherlich kein rh9 das war schon selbst der siebzehnte der gegenüber von avatar ist schon rh10 das heißt der achte ist mindestens auch ein rh10 gewesen wenn nicht sogar ein rh11 gewesen ok da können wir mit leben weil der kann wahrscheinlich nichts anderes der wird wahrscheinlich kein 10er schaffen kein 11er schaffen deswegen ist es in ordnung dass er bei uns neuner schafft die hohen neuner bei uns werden eh alle gedreiert das war ihnen noch keinen anderen ck so das ist einfach so das müssen die auch hinnehmen und aktuell fahre mich nach wie vor mit meinen kobe ist aber ich habe mal für den ck mache ich eigentlich immer so ein paar truppies vorbereitet zum spenden das heißt was so immer gefragt wird man weiß dass so im laufe der zeit was die neuner brauchen was sie zehn er brauchen und so habe ich immer ein paar bola fertig ein lava hund ein golem palons ein paar walküren und ein paar riesen und irgendwas geht dann da immer weg und dementsprechend kann ich das zeug schön verspenden kann den ck aktiv unterstützen und ich würde sagen wir sehen uns dann bei den ersten angriffen wieder ich sehe gerade der hubert will wohl angreifen und dementsprechend würde ich sagen gucken uns das an wir schauen mal eben wo der hubert denn steht von seinem team her hubert ist relativ weit unten ist die nummer 28 muss dann auch entsprechend die nummer 28 machen wir gucken mal da ist er schon jawohl live mit rein ok hubert geht immer mit erdbeben zauber vor ich finde dass er nicht so schön hat einfach den hintergrund dass wenn jetzt die mauerbrecher nicht gut durchkommen hier sind sie mal gut durchgekommen dann hat man immer not dass die golems nicht mehr richtig in die base reinkommen und an den mauern rumhacken und alles geht dann außen rum und dann ärgert man sich dass keiner reingegangen ist deswegen bin ich eigentlich sowohl mit rh 9 als auch mit rh 10 ich hasse den erdbeben zauber zumindest was mauern angeht also morgen aufmachen geht gar nicht und vor allen sehen wir jetzt ich habe auch dann in der regel haben die dann kein gift mit für die mitte und jetzt guckt euch mal an wo die queen rumeiert aber er hat glück dass reichlich magier in der mitte sind die haben das ganze jetzt geregelt und er hat baula im gepäck die pecker gehen noch ganz gut durch mit den golems ist also ein schöner go vibe unten sehe ich auch noch ein pecker mit den bolern im nacken das sieht eigentlich noch ganz gut aus ich glaube hubert hat auch noch nicht so starke basis machen müssen ich sehe hier die kanonen sind schon max level für rh 9 die bogenschützentürme sind max level hubert ist noch nicht so weit und aber das sieht gut aus das sind jetzt noch ein zwei drei vier defenses das ist würde ich sagen ohne jetzt übertreiben ein drei stern und so haben wir unsere ersten drei sterne eingefahren wunderbar super angriff weil er war von der def her jetzt doch schon wir können uns das dorf noch mal angucken kurz einmal im scout modus und sehen hier dass die def schon relativ hoch ist ja noch eine kleine kanone aber wir haben das was wir nicht haben sehe ich jetzt jetzt auch erst haben keine x-bögen also so ein typischer achten halber hier der hätte man natürlich auch locker mit luft machen können er ist luftmäßig auch sehr schwach und das hat gut ausgenutzt ist gut reingekommen hier in die base wie gesagt ich bin nicht so unbedingt der freund vom erdbeben zauber aber hat hier super geklappt waren super drei sterne hier unten und so kann der hubert auf jeden fall weiter nach oben rutschen und dementsprechend oder unter umständen unten was machen müssen wir mal gucken und dann sehen wir uns sicherlich bei den nächsten angriffen wieder es kann sein dass immer so ein kleines delay dazwischen ist das liegt dann einfach daran dass ich kurz einmal reinschalten muss kurz mal auf aufnahme klicke und dann kann es eigentlich losgehen ich schneide also viele viele teile zusammen und gucken mal ob das funktioniert bis später so meine freunde wir haben unseren zweiten kampf bei uns live das ist ein neuzugang der nico und so und mal gucken wie er sich gegen das rhl-fisch schlägt was ja eigentlich eher schwach ist also ich muss sagen ich hätte dann eher mit luft wahrscheinlich gemacht aber die def ist jetzt auch nicht so groß ich sehe zwar ein paar teslas aufploppen die auch schon ein bisschen max sind das problem ist nur die valkyren werden nicht lange überlegen leben weil dahinter die oder darüber die lakaien sind die doch ziemlich viel schaden machen aber der king ist am rathaus und wird sicherlich auch das rathaus machen jawohl das ist ein stern mal gucken die valkyren sind doch noch ganz gut zugange weil sie einfach ein bisschen schneller sind als die als die lakaien aber so werden dass sie sicherlich zwei sterne auf diese base hier hätte ich jetzt nicht unbedingt 3 erwartet aber die base ist so schwach auch für ein rh10er denke ich mal mit luft durchaus besser machbar und aber mal gucken zwei sind erstmal drauf das ist ja auch schon mal in ordnung ist immerhin der rh11 base und der rhl war ja nur in der lage bei uns neuner zu machen und von daher ist der vergleich schon in ordnung das heißt also schwache base aber starker angriff auf neuner und hier gute zwei sterne geholt vom nico und so das ist in ordnung das ist gut also ich finde den angriff jetzt gut schade um die lakaien beziehungsweise schade um die valkyren denn wenn die lakaien darüber nicht gewesen wären wäre das sicherlich noch ein bisschen prozentual hätte das noch ein bisschen anders ausgesehen aber alles scheißegal zwei sterne sind da drauf und die stehen da erstmal mal gucken da geht sicherlich von unseren hohen rhl waren unter umständen im zweiten angriff etwas mehr aber wir wollen erst mal gucken wie die sich im ersten angriff schlagen der gegner muss ich sagen haut richtig gut in die kacke hier drei hat hier mal eben unsere höchsten rh9 das heißt avatar hat schon drei kassiert kodia 3 kassiert alex und donnerbengel allerdings muss ich sagen deren gegenüber vor allem vom donnerbengel und alex sind jetzt nicht so stark die bases sind stark die helden sind schwach mich hat es ein bisschen gewundert man ärgert sich auch ein bisschen der angriff auf donnerbengel war mit einer 8er queen und 5er king dann ärgert man sich dass das man hier eine rh9 max base hat mit starken helden und dann kommt so ein kleiner pipi indonesia und macht diese base hier eben mal drei stern aber 20 und 21 ich habe mal eben nachgeguckt beim gegnerischen team man muss sagen die greifen auch nicht zum ersten mal an 1398 sterne und der hier hatte glaube ich ja 1257 also das sind schon starke angriff schas selbst mit diesen kleinen helden hier und dem bisschen im gepäck hier also das war reiner erdangriff luftangriff braucht ja nicht probieren und von daher ja schon krasse sache aber ich denke das sieht nach wie vor zuverlässig aus also wir haben ja noch nicht gezeigt letztendlich was wir können und der nico hat jetzt schon mal gezeigt wo der hammer hängt das ist in ordnung und immerhin auf eine elfer base mal gucken wie sich die 10 auf 10 schlagen oder die elfer noch auf 10 und dementsprechend ist hier noch alles offen und ich hatte schon gedacht ich hätte hier unsere clan mitglieder abgeschreckt dass die jetzt nicht angreifen weil sie genau wissen ah der tuto der hängt jetzt hinter seinem mikro hängt hinter seinem aufnahmeprogramm und lauert da nur drauf dass wir hier angreifen aber ich werde gleich auch selber angreifen mal so ein live angriff mit einem r8 account und gucken aber erstmal was der popi hier macht der popi macht einen klassischen nicht ganz go vibe hätte ich fast gesagt aber doch so ein bisschen klassisch go vibe was natürlich doof ist pecker außen rum jetzt müssen in der mitte die hockslider tanken das ist natürlich immer ziemlich scheiße vor allem wenn da noch ein baby drache lebt also ohne mal wieder zu übertreiben würde ich sagen der angriff war nichts ich wollte eben noch schreiben mensch macht den einfach aus der luft schnappte die queen schnappte die ihr irgendwie die cb mit 23 lohn hätte auch die cb hier locker locken können und dann fliege einmal rüber über diese scheiß base aber nein okay ist egal das werden leider nur einstern mehr wird es nicht da geht nichts mehr in der mitte ich höre es schon wieder rappeln aber es rappelt leider schon wieder bei uns es war schützt diesmal dran zweiter angriff schon auf ihn ersten hat er schon abgewährt aber ich zeige unsere basis nicht das heißt ich zeige auch im moment nicht ohne einwilligung meiner clan leute dass ich auch meine defense hier zeige nicht dass ich da ärger gekriegt hätte aber es hat mich schon ein bisschen geärgert dass ich schon mal so die eine oder andere defense gezeigt habe bei uns und dementsprechend würde ich einfach mal sagen wir machen unseren live angriff mit dem barfuß account guck mal ich muss das mikro jetzt mal gerade ein bisschen weiter wegnehmen und der barfuß ist glaube ich hier ganz unten gelistet ich muss mal gucken das seht ihr jetzt nicht das seht ihr nur hier okay hier ist der barfuß ich glaube auf 29 ist der barfuß und der barfuß jawohl ich mache den jetzt einfach mal wir gucken einfach mal rein ich habe den in fokus habe irgendwie eine idee gehabt wie ich den mache ob das dann durchzusetzen ist weiß ich noch nicht aber wir gucken uns das einfach mal an ich habe alle truppen beisammen sagen einmal attack und während wir dann attack sagen können wir hier live mit gucken das ist ja auch nicht mal auch nicht so schlecht und den entsprechend probieren wir es hier mal mit zwei golems von da und entsprechend so ein paar magiern da hat der minwerfer schon gefeuert mal gucken wie weit meine meine mauerbrecher jetzt laufen so jetzt muss ich aber erst mal ein bisschen bisschen starke giften hier und ziehe jetzt mal meine bola nach so jetzt muss man eben den king nachziehen und mal gucken wie weit die jetzt reingehen schauen mal und eigentlich hatte ich vorher so ein bisschen surgical hier die die hocks reinzusetzen mal gucken hier haben wir mal hier rein wie weit die kommen das sieht im moment noch ganz gut aus in der mitte tummeln sich meine golems und mal sehen wie wie und welchen weg jetzt die hocks hier nehmen aber ich glaube die sind jetzt noch ganz gut im heil der king ist in der mitte golem ist in der mitte die hocks rennen noch ganz gut durch aber ich habe natürlich überhaupt keine clean abtruppen mehr das macht nicht so viel jetzt gucke ich mal wo die hinspringen die werden sicherlich nach dahin springen gleich nachdem sie da waren okay ja dann sind die noch mal komplett durch ein heil durch haben jetzt zwar noch mal einmal flächen zauber zu überstehen aber ich denke mal jetzt werden alle hocks hier überleben und hoffentlich für ein schnelles clean up sorgen das sah gut aus jetzt kann ich mich auch wieder ein bisschen näher nehmen und letztendlich denke ich mal king ist noch in der mitte alter der hat ja noch fast volles leben also da haben die golems echt gut getankt und dementsprechend werden die hocks das hier jetzt auch klären es sei denn da ist noch irgendwo außen eine ganz ganz böse bombe aber das glaube ich nicht außen ob auch nicht irgendwo ein tesla aus und so ein geheimer das sieht gut aus das werden denke ich mal drei sterne vom barfuß hier und wie es damit gekriegt hat barfuß ist einer meiner kleinen accounts ist ein r8 mit dem gehe ich im moment nicht auf rh9 weil mir das zu anstrengend ist und dementsprechend ist der kampf jetzt durch jawohl wunderbar das ist in ordnung das war also immerhin ein live angriff beziehungsweise zwei live angriffe noch mal in der folge und wir haben gleich den nächsten von patrick sauber dann wird das schon mal ein größerer abschnitt ich muss mal eben luft holen patrick macht die auch einen go vibe kommt jetzt von rechts mit den hocks rein ich sehe das in der mitte sich reichlich an der kass tummeln die queen lebt noch die queen ist noch gut in heilung und er hat noch jetzt noch ein heilzauber über einen gift zauber mal gucken ob der tesla da noch fällt das wird sicherlich eine schwere geschichte ich denke mal das bleibt bei ja was soll ich sagen das bleiben ja das wird eng er hat noch ein bisschen clean up truppen ich musste mal gerade hadern er hat noch clean up unten hat noch ein magier also ein stern wird es aber leider nicht mehr das ist alles nicht so tragisch das ist ja nur ein spiel und man misst sich hier unter menschen in einem spiel wo man komische figuren auf irgendein feld schickt die dann irgendetwas machen und jede truppe tickt auch anders ist auch sicherlich mal interessant zu wissen wie eigentlich die truppen ticken könnte ich mal eine folge von machen und wir lassen das auch mal eben auslaufen hier von patrick ich frage mich immer in den cks warum die leute eigentlich zauber mitnehmen wenn sie sie nicht nutzen wenn man sie darauf anspricht dann ja vergessen oder was auch immer dann nur halt mal alle sinne beisammen haben und denn für irgendwas muss der gift ja noch zu nutzen gewesen sein ob es jetzt in der mitte den king giften ist weil keine skelette auftauchen weil er vielleicht nur luft fallen hat oder um die queen leicht am anfang wenn man am anfang von einer seite rein geht wo die queen dran ist ob man die dann nicht gleich ob man die nicht erst mal giftet damit die weniger schaden macht nicht so sich nicht so schnell bewegt für irgendwas ist halt auch ein zweiter gift da aber ist erstmal nur ein stern drauf ist wie gesagt es ist nicht so tragisch hätte nicht verkackt und das ist uns wichtig dass erstmal überhaupt kein angriff ganz verloren geht und von daher ist das hier erstmal ein stern wir schauen ob der gegner auch mal angegriffen hat auf swash gab es immer noch keinen zweiten stern das natürlich gut verteidigt poppy hat hat man eben gesehen auf den sieben auf den siebenzwanziger ein stern gemacht und dann gucken wir mal wieder es hier weitergeht ich frage noch mal in die runde ansonsten schließe ich die folge nämlich irgendwann auch mal irgendwann auch mal ab und schneid das ganze zeug zusammen ich denke mal ihr werdet das dann erst heute morgen sehen also ich drehe das ganze abends und ihr werdet das morgen sehen ich muss auch schneiden hochladen etc und mal schauen ob wir noch einen angriff reinkriegen bis denn okay wir haben unseren nächsten live angriff von uns es ist der garagos oder garagos ich weiß nicht genau wie man es ausspricht aber er hat sie eben schon angekündigt dass er angreifen wird und ich kenne allerdings seine taktik nicht wir haben ja noch ein bisschen geübt heute und das sieht aber ganz gut aus die lag ist gut im gift aber die ich vorher natürlich jetzt trotzdem einmal alle mal gucken ob die queen das schafft er zündete doch noch war schon relativ knapp ich muss mir gerade mal ein bild von dem dorf machen das sieht jetzt nicht so stark aus das ist zwar r h 11 aber der garagos ist auch r h 11 er hat es ist er hat zehn also kommt ja aber gut mit der queen voran und hat jetzt schon mal einen sprung gesetzt der auf die mitte deutet jetzt feuert allerdings schon der adler aber der hat erstmal den king im ziel das ist auch nicht schlecht und er kommt jetzt in die mitte rein mit valkyren die brauchen jetzt allerdings gleich ein bisschen feuer er hat aber auch noch ein fries und wut und heilzauber die sind alle in der mitte und der fries ist acht sekunden lang jawohl jetzt können sie auch in heilung sein wunderbar top angriff auf ein r h 11 das werden ganz locker zwei sterne hier und queen ist jetzt zwar schon dauernd aber die walkies machen noch ein paar prozente und auf ein r h 11 also er hat zehn auf r h 11 ist wirklich ein guter angriff kann man nicht anders sagen das stimmt gar nicht gar groß sehe ich jetzt ist auch nächsten er hat zehn er hat zehn ich hatte mich gerade vorguckt ich dachte ich hätten 42er king gesehen aber ich sehe in 32er king und ich meine er ist auch ein r h 10 bei uns und hat den gut gemeistert hier stimmt das ist das ein r h 10 ich muss jetzt wirklich noch mal nachgucken ob der gar ein r h 11 oder ein r 10 ist nein er ist er erzählt ich habe mich nicht vertan so super angriff und das können wir ruhig honorieren ich wurde schon angehalten einige kämpfe nicht zu zeigen aber warum auch nicht muss sich keiner schämen oder was auch immer der gegner greift nach wie vor stark an ich gucke mir den angriff jetzt mal auf dem tablet an und würde sagen wenn ich noch ein zwei angriffe rein kriege in diese folge die ihr dann heute morgen hoffentlich bei mir schaut dann sehen wir sicherlich noch ein paar schöne sachen ansonsten sehen wir den rest halt morgen oder halt übermorgen je nachdem wie ich die sachen rein kriege die werden dann vermutlich nicht mehr so stark live sein weil morgen heiliger sonntag sonntag der familie wir sind in der regel weg und dann kriege ich natürlich das über gar nichts mit kann auch nichts aufnehmen und wird das dann später aufnehmen aber wir schauen mal bis später so ich sehe gerade wir haben wieder einen live angriff diesmal von amelot auf die nummer 9 auf sein gegenüber der sache amelot hat heute den ganzen tag irgendwelche wilden angriffe geübt und wir gucken mal wie er sich jetzt hier schlägt das sieht noch ganz gut aus kladenburg super gelockt hat er noch ein gift ja er hat noch ein gift mal gucken wie lange der noch hält aber die lohnt sofern sie nicht alle vier auf einmal abspeisen aber er giftet noch mal verlangsamt sie eigentlich dadurch nur und die werden auf jeden fall alle vier schön fallen jawohl das macht arme hier sehr sehr gut von links jetzt gesetzt ein golem und eine handvoll bowler ich denke mal klassische ring wäre es hier so wie ich das sehe das ist auf jeden fall machbar erzündet hier zwar schon die queen das ist nicht so schlimm weil da vorne schon starke def jetzt ist jetzt kommt er allerdings über mit den valkyren rein das ist vielleicht nicht ganz so geschickt aber mal schauen schmeißt da den sprung zauber und den boot da müssen müsste jetzt eigentlich auch der golem hingehen denn der geht auf die def jawohl das macht er auch aber irgendwie fehlen jetzt gerade im in der base truppen ich habe eigentlich gedacht er verhandelt nur mit den bowlern und setzt dann die valkyren etwas später weil jetzt ist der ring eigentlich frei natürlich haben die valkyren damit geholfen aber es geht jetzt halt nichts mehr in die mitte und so bleibt das hier vermutlich hat er hat noch zwei magier die könnte er noch setzen dass sie das rathaus erreichen aber da wartet tot sicher noch irgendetwas mal gucken wie weit die queen jetzt noch kommt mal schauen weil er muss die magier dann auch schon mal jetzt so langsam setzen sonst läuft ihm die zeit ein bisschen davon grundsätzlich ist das ein einsterner mal schauen wie weit das nächste gebäude jetzt weg ist ob es die hütte ist ja es ist leider die hütte da kann man nichts machen aber ich frage mich wann er denn die beiden mag ersetzen will jetzt haben wir auch schon kein sprung zauber mehr zur verfügung weil die queen wird sie leider nicht alles schaffen und er hätte jetzt eigentlich auf zwei gehen können denn die magier wären unter umständen weit genug aus der reichweite des des rathauses gewesen wenn er die jetzt nicht setzt weil er kann jetzt nur noch billige prozente holen gute prozente nur noch durch das rathaus und wenn er jetzt genau da die magier setzt aber viel zu spät 13 sekunden das wird natürlich nicht reichen und die laufen natürlich auch nicht zum rh sondern die laufen erst mal zum inferno torm ok hätte er sie unter umständen etwas eher gesetzt noch in die andere lücke mit rein hätten die vielleicht noch den sprung mitgenommen aber so ist das leider nur ein stern ich hatte wirklich gedacht er fandet hier mit den ballern und setzt dann die klüren um die mitte zu klären weil der anfang sah gut aus das ende war leider suboptimal aber so ist es normal im ck und es ist jetzt auch schon relativ weit fortgeschrittene stunde ich denke mal ich kriege heute kein live angriff mal mehr mit rein wir hatten jetzt einige sieben stück das ist immerhin etwas ich kann es ja auch nicht so wirklich koordinieren gucke mal dass ich vielleicht doch noch den ein oder anderen hinbekomme aber sollte das nicht mehr sein dann würde ich mich schon an der stelle jetzt verabschieden wünsche euch einen schönen tag wünsche euch einen schönen sonntag und ich würde sagen ich verbleibe bis zur nächsten ck folge bleibt also dran abonniert meinen kanal lasst mir ein like beziehungsweise einen daumen nach oben dafür dieses video und dann kläschte toto morgen wieder weiter mit euch berlin Vielen Dank.